Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pflanzen vs. Zombies. Wir spielen den Story-Modus weiter mit Maxi. Ja. Genau. Okay. Ich bin jetzt hier beim Taco-Laden. Julian, ich bin ein Baum. Ich bin ein Baum, Julian. Du bist da hochgekommen. Komm, ich zeige dir. Komm mit, komm mit. Wir gehen hier hoch. Dann hier ruf. Dann hier ruf. Ich kann nicht so hoch springen. Dann Sekunde. Ist aber egal. Nee, nicht egal. Wir haben nur 50 Minuten Zeit. Achso. Für den Boss. Stinkbombe lozieren. Musst du nochmal machen. Die Stinkbombe zum Ziel fliegen, Julian. Mach du. Achso. Ich bin ja schon einmal geflogen. Das muss man bestätigen. Wie ist das so lang? Das war. Ach du Kacke. Dann ist es riesen Pilz. Dann wird es riesen Gurke. Dann wird es riesen Gurke. Ja. Gut gemacht, Julian. Er hat uns gerade Laborgarten genannt. Mehr Müll. Julian, wir brauchen mehr. Stink, stink. Ach, ich muss die Musik und die Musik. Junge wirken und die Musik, die sind da hin. Ich will nicht drinnen bleiben. Ich glaub, die Dingspuntflutsch люди müssen nicht einnehmen. Oh! Ich will nicht drinnen bleiben. Ich will nicht drinnen bleiben. Ich glaub, die Dingspuntflutsch nicht einnehmen. Ich will nicht drinnen bleiben. Ich will nicht drinnen bleiben. Stinkbombe! Jetzt kommt der Boss, wetten wir. Doch, das gehört ein Riesenpilz an, oder Riesenpilz, Sonnenblume oder so. Ja, ein Pilsuch. Ne, es ist kein Pilsuch, es ist... Es ist mein Bruder! Wir müssen einen Bruder töten! Egal, der hat immer mein Spielzeugbekommen, ich dürfte ihn eh töten, okay? Der hat immer meine Lego-Figuren weggenommen, du guckst! Ja, egal, du willst schon mal wieder! Ich bin Energie! Hä? Hä? Ah! Okay, wir müssen ihn wieder anstinken! Mh! Die Amt hört sich immer geil aus! ... ... ... Hilfe erleuchtet wie noch was mein Bruder hat mir damals über die Lego-Sachen, Julian, weggelobt. Verstehst du mich, Julian? Immer meine coolen Anakin-Schmei-Walker-Figuren. Sekunde. Stinkbombe, mein Gesicht! Ich hab wieder angefurzt. blocko! k k k k k k k k k Hilf mir, er muss niesen oder so. Eigentlich mit der Boss ist das auch sehr cool. Vor allem in der Sinne, wir müssen irgendwelche Drogenpilze anflossen oder so. Oder Julian? Ja. Oh, fuck. Rufpasse. Bild, die ist da. Natürlich verstecken, würde ich verstecken, würde ich nicht verstecken, weil ich kann das. Aber ich schaffe das. Einfach abholen. Gut, also die nicht getroffen hat. Nochmal eine. Und, gut. In sein Gesicht neu. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Karros einsammeln. Karros einsammeln. Und Leute, morgen werden wir vielleicht den... Warte, haben wir jetzt alle vier Wochen schon? Ich glaube schon. Wir haben schon beide, oder? Ich habe von den... Wir haben jetzt den Pilz, den Käse-Typi, dann der Riesenbaum. Und der andere. Aber noch einer. Und die, und die Disco-Tussi. Und die Disco. Wir drehen noch einmal an den Belohnungsgrad. Also ich kann mir... Oh, hier 100 Münzen. Geil, Alter. Was hast du bekommen? Kapten Todbart. Cool. Was kriegen wir noch? Oh mein Gott. Legendär. Kriegsbärchen. Und noch einmal können wir dran ziehen. Royal Dame. Gewöhnte Sandblume. Rüsten wir gleich mal aus. Gut. Und Leute, in der nächsten Folge wartet euch eine Überraschung. Ihr wisst doch nicht welche. Julian auch noch nicht, aber eine cool Überraschung. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich gehe auch nur ruhig auf, weil unsere Katze ist wieder da, die selten nur da ist. Also halt eine Fremdkatze, die wir manchmal reinlassen. Ah, okay. Viel Spaß. Gleichfalls. Ich bin für Yoko bei der Show. Ich bin für Yoko. Ich bin auf Yoko's Seite. Der schafft das. Mein Mann. Der hat die Show schon verloren. Oh. Aber nicht schlimm. Trotzdem auf Yoko's Seite. Okay, dann tschüss. Was hatte ich hier bei den Zombies? Ich hoffe, für den hatte ich was. Ah, nee. Tschüss. 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 Tschüss.